so hallo zu einem tutorial wie man ein vr chat avatar in stk3 erstellt da bin ich paar mal im live stream wo ich das mal gemacht habe dazu gefragt worden ob ich dann tutorial zu machen kann und jetzt werde ich für euch mal ein kurzes tutorial machen der erste teil wird sich jetzt in blender abspielen wie ich ein 3d modell da rein kriege anpasse dass ich den später in unity schon fix und fertig soweit verwenden kann um dann daraus mein avatar zu machen dazu braucht ihr das cats plugin ich werde euch in der video beschreibung alles verlinken wo ihr das zeug her kriegt ich werde jetzt aber nicht darauf eingehen wie man blender plugins installiert dafür könnt ihr euch entweder die beschreibung vom plug-in dann durchlesen oder ein separates video angucken weil das ist jetzt nicht so schwer damit werde ich mich jetzt nicht beschäftigen das was wir als erstes machen müssen ist dann hier auf import model gehen geht immer bloß über das cats plugin zu den import model weil dann werden schon mal alle inkompatiblen speicher formate ausgeschlossen das heißt wenn ihr dann euer 3d modell nicht findet dann wird dieses format nicht unterstützt das heißt ihr müsst es dann erst in einem anderen format exportieren aus blender raus damit ihr das dann verwenden könnt ich werde jetzt ein pmx format verwenden das importieren wir uns einfach hier haben wir das ganze wir sehen auch das ist schon fertig gerickt und alles also muss ich da nichts großartig an dem modell machen das habe ich mit absicht gewählt dass wir hier relativ zügig mit dem tutorial durchkommen dass das kein ewig tutorial wird das erste was ich euch sagen kann ist dass das cats plugin ziemlich gut aufgebaut ist weil man sich von oben nach unten einfach durch arbeiten kann das erste was wir machen müssen ist auf fix model gehen das machen wir jetzt einmal jetzt berechnet uns blender über das plugin alles schon so weit dass das dann direkt für vr chat ready ist so jetzt seht ihr auch dass das ganze farbe bekommen hat also die textur und so wird alles angezeigt überflüssige bones werden teilweise entfernt zum beispiel doppelte bones oder bones die keine verbindungen haben und so weiter die werden dann automatisch schon raus gelöscht dann können wir gleich in den nächsten tab gehen diesen bereiche das separate braucht ihr eigentlich nur falls euer avatar irgendwie eine waffe oder irgendein anderen gegenstand schon in der hand haben sollte oder so dann könnt ihr durch drei methoden diese parts von eurem 3d modell drinnen entweder durch material durch loose parts oder durch shapes dann könnt ihr wieder alles markieren an den ganzen 3d objekten die dann dadurch erstellt worden sind bis auf das objekt zum beispiel eine taschenlampe oder eine pistole die markiert ihr dann nicht und dann sagt ihr hier bei join mesh selected dann ist alles bis auf dieses item was ihr abgetrennt habt ist dann wieder miteinander verbunden und dann kommen wir auch schon zum nächsten ich weiß nicht wo ihr eure modelle her kriegt ob ihr die selber baut ob ihr euch vielleicht irgendwo im internet eins kauft oder wie auch immer auf jeden fall gibt es dann hier die funktion translate da macht ihr all also das wirklich komplett alles übersetzt wird das wird dann automatisch ins englische übersetzt sowie das unity dann später haben will und dann haben wir diesen tab auch schon abgeschlossen dann können wir hier mal kurz in die custom model creation reingehen wenn jetzt zum beispiel ein schwanz habt oder katzenohren oder so die auch gerückt sind das heißt wo bones dass die sich bewegen können integriert sind dann habt ihr in der regel zwei armaturen und über dieses merge armatures könnt ihr diese armaturen dann miteinander verbinden dass ihr bloß noch eine habt weil ihr könnt nur mit einer in unity arbeiten und nicht mit zwei habe ich in meinem fall nicht darum müssen wir das nicht machen kann man zum nächsten tab das decimation in wir art schätzen charaktere eigentlich nur ziemlich gut wenn ihr maximal 70.000 polygone habt solltet ihr mehr polygone haben empfehle ich euch hier auf safe zu gehen dann habt ihr nämlich keinen shape key loose falls ihr shape keys überhaupt habt und dann geht ihr hier auf quick decimation und dann wird euer modell wenn es möglich ist auf 70.000 polygone gebracht sollte hier ein fehler erscheinen dann kann er es euch so nicht dezimieren dann könnt ihr natürlich mit smart high full oder sogar custom rumprobieren allerdings habt ihr halt da meistens dann das problem der shape keys verloren gehen und dann kann es sein dass die nächste funktion die ich euch jetzt zeige dann nicht mehr so ganz funktioniert und zwar kommen wir dann zu den bis mensch bei den bis mensch wenn euer modell sowas habt braucht ihr drei bis mensch damit die anderen speziell für den wir art hat erstellt werden können das das ist einmal das a wismem das o wismem und das wismem das sind gesichtsgestiken die darstellen wie wenn man einmal a sagen würde o oder ich machen würde hier könnt ihr einfach dann auf create wismems gehen diese wismems brauchen wir falls euer charakter den mund beim reden im vr-chat bewegen sollt falls ihr keine wismems habt es gibt auch noch eine andere methode die werde ich euch dann aber erst zeigen wenn wir dann in unity sind ja für die dies interessiert ich werde jetzt aber nicht so genau darauf eingehen weil ich das eigentlich nicht benutzt ist das bone parenting damit könnt ihr halt bei uns die zusammenhängen das erkennt dieses plug-in meistens schon recht gut könntet ihr die zusammenbinden mir würden jetzt hier die haare vorgeschlagen werden dass ich aus diesen ganzen haar bones da gibt es vier stück die ich eben verbinden könnte will ich aber in meinem fall nicht so und dann kommen wir zu den optimations das hier ist noch ein relativ wichtiger tab da geht es um den material kombinieren da könnt ihr auf generate material list gehen am besten ist es wenn euer 3d modell maximal vier materials habt alles was über 16 materials geht wird ein avatar sein der höchstwahrscheinlich performance blockt sein wird das heißt andere nutzer im vr-chat müssen diesen avatar extra frei geben damit die den sehen können sonst lauft ihr einfach nur als grauer robot darum der eben die info drin hat dass dieser avatar performance blockt ist was ich euch hier empfehlen kann ist dass ihr alle materials die mit dem gesicht zu tun haben hier aus dieser liste raus nehmt denn das was mir jetzt schon ein paar mal passiert ist wenn ich wirklich probiert habe gnadenlos alles in eine textur zu packen ist leider dass der avatar ziemlich häufig leider irgendwie dann einen hässlichen strich durch gesicht hatte das war dann nicht ganz so toll und ich habe auch keinen weg gefunden wie man das wieder weg kriegen würde ohne dass man halt sich die ganze arbeit hier noch mal macht rum alles was mit gesicht zu tun hat nehmt ihr am besten hier einfach aus der liste raus wenn ihr das alles soweit aussortiert habt dann könnt ihr hier auf save atlas 2 klicken das heißt alles was markiert ist die ganzen materials werden jetzt zu einem gemacht und aus den ganzen texturen wird auch eine textur erstellt das macht alles das plugin für euch geht ihr hier auf create atlas das dauert ein bisschen und dann erhaltet ihr eine textur wo alle anderen texturen von euch in einer vereint sind ich muss jetzt kurz gucken weil ich das nämlich schon mal gemacht habe welches jetzt gerade die aktuellere ist dass ich euch die richtige zeige das hier scheint die ältere zu sein also ist das hier die neuere so ihr seht da ist jetzt alles an materials zusammen und jetzt habe ich aus mehreren materials noch fünf gemacht das ist durchaus vertretbar machen wir mal wieder zu was ich euch dann empfehle ist dass ihr das hier noch umbenennt müsst ihr aber nicht ist eine freiwillige entscheidung und alles was ihr dann noch machen müsst ist hier auf export model zu klicken hier werde ich jetzt noch gewarnt dass ich fünf materials habe und am besten wäre wenn ich bloß vier habe aber fünf ist jetzt auch nicht so schlimm dann könnt ihr entweder hier auf ok gehen und wirklich noch versuchen vier materials hinzukriegen oder ihr geht continue to export dann wählt ihr euren speicherort benennt eure datei und exportiert die aus blender dann heraus ihr kriegt immer ein fbx format und mit diesem fbx format könnt ihr dann in unity weitermachen das war es auch schon mit dem ersten teil des tutorials wie man das im blender macht wie gesagt alles was ihr braucht an wo ihr blender herkriegt wo ihr das cats plugin herkriegt das werde ich euch alles in der video beschreibung verlinken und dann sage ich bis zum nächsten tutorial bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal